Richtig gut. Das ist in der Sicht für Manfred problematischer, weil jetzt haben sie natürlich so Gas geben kann früher, ohne rückwärts in den Stand zu nehmen, weil sie eben da liegen, wo sie nicht mehr gefährlich sind. Aber Manfred muss natürlich dann sehen, dass er hinterher kommt. Auslanden! Weil jetzt natürlich für manche mehr als ein läufiges Problem da ist. Vor, 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 vor! Saubere Stühle, bis er gestanden bleibt. Da haben wir noch nicht. Vor! Tut, tut, tut! Schuhe, tut, tut! Vor! Schuhe! Hand! Ausland! Schuhe, schuhe, schuhe! 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 Untertitelung des ZDF, 2020